Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einer nagelneuen wunderbaren und supergeilen Folge Raft. Nach dem wunderbaren Abschluss, was ihr am Schluss der letzten Folge noch gesehen habt, ja, habe ich natürlich wieder angefangen alles aufzubauen. Aber dann dachte ich mir, oh Gott Mecke, du bist so blöd eigentlich. Äh, ja, ich dachte mir, wenn ich das schon mache, das ganze Zeug wieder aufbauen, dann mache ich es gleich richtig und zwar habe ich alles doppelt gemacht. Sprich, hier sind doppelte Wände drin, wie ihr gerade eben sehen konntet. Und wenn ich ein bisschen nach oben wandere, hier dürfte es vielleicht schon sein, genau. Hier habe ich den Torbogen schon mal abgeschlossen. Ja, und wir machen weiter. Einfach direkt an dieser Stelle, weil wenn wir eh schon hier sind, können wir das natürlich gleich weitermachen. Es ist halt, ja, ich tue jetzt nach jeder Reihe, die ich fertiggestellt habe. Ach, und jetzt bin ich auch durstig, willst du mich verarschen? Boah, das Spiel macht mich wahnsinnig, ehrlich. Das macht mich einfach wahnsinnig. Ich will nicht mehr, ich will nicht mehr. Ehrlich, ich werde verrückt, ich werde verrückt. Irgendwann, ich werde verrückt. Das macht mich einfach... Und die FPS, die FPS machen mich noch mehr verrückt. Hört doch auf mit den Faxen. Ich verstehe es auch gar nicht. Ich habe auch schon rumprobiert. Von wegen, mal auf Qualität vielleicht ein bisschen runterdrehen oder sowas wie, keine Ahnung, mal auf Fastest stellen anstatt auf Beautiful oder so. Habe ich alles, alles probiert. Was machst du da? Was machst du da? Hat alles leider nicht funktioniert. So. Warum es so ist, wie es ist? Wie gesagt, meine Vermutung liegt nahe, dass es wirklich daran liegt, dass wir so viel gebaut haben inzwischen schon. Und ich glaube sogar von den Teilen her haben wir jetzt schon das Boot überschritten. Vermute ich. Es kann natürlich auch an der V1.05 liegen. Weil bei der 1.04, glaube ich, hatte ich das Problem nie. Keine Ahnung. Wie gesagt, Ideen sind groß, aber Ahnung habe ich keine. So, ich werde jetzt... Ich werde jetzt... Ich werde das jetzt tun. Ich werde es tun. Ich werde es tun. Scheiß. Nein, ich warte bis Tag ist. Ich warte bis Tag ist. So langsam habe ich noch ein bisschen Zeug. Würde ich sagen. Warte ich bis Tag ist, weil dann sehen wir, wie das Teil einstürzt. Und ich mich freue, wie ein Honigkuchenpferd. So, wir können ja so lange noch nicht Tag ist ein bisschen Foundations bauen. Weil selbstverständlich auch durch den Absturz vorhin wirklich auch selbstverständlich und freilich alle, absolut alle Foundations, was ich da noch gebaut hatte, weg sind. Aber es war zu erwarten, wenn ich ehrlich bin. Leider. Ich kann es aber nicht ändern. So. Ah, gut. Okay, ich habe noch ein bisschen Thatch. Weil mir gingen jetzt in letzter Zeit immer die Thatch aus. Sprich die Robes eigentlich. So, ich brauche es einfach mal von hier aus. Dup, 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 dup. So, jetzt ist mir aber das Holz ausgegangen. Yay. Irgendwas geht mir immer aus. Ich bin so glücklich. Ich bin so glücklich. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich das aushalten soll auf Dauer. Ich bin erst beim Anfang von diesem Projekt. Wie soll ich das aushalten? Schreibt es mir in die Kommentare. Nee, ernsthaft. Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wie ich das noch aushalten soll. Beim besten Willen. Ich nix wisse. Ja, gut, die Sonne. Äh, die Sonne. Siehst du, es ist schon so weit, dass ich Mond und Sonne verwechsel. Ich werde langsam verrückt. Danke. Raft. Vielen, vielen großes Merci. Und wie gesagt, das Schönste ist eigentlich, dass mir hier gerade die FPS so richtig schön abkackt. Und ich glaube, wenn wir den dritten und vierten Turm bauen, es wird nicht besser werden. Es wird definitiv nicht besser werden. Wir sind von 122 FPS auf, wie aktuell, 26 bis 28 FPS runtergegangen. Es ist brutal. Es ist einfach brutal. Ehrlich, ich hoffe, das kommt bei den Videos dann selber nicht so krass rüber. Aber mal schauen. So, komm. Mach den Baum noch weg hier. So, gut. Scheiß drauf. Äh, wie viel sind es? Zwo, vier, fünf. Eins, zwei, drei. Vier und fünf. So, die hau ich mir gleich hinter den Latz und knack. Ich find's auch doof. Komm. So. 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 Hier und den noch. Sehr gut. Ja, jetzt bin ich mal gespannt. Wollen wir es so wagen, ne? Scheiß drauf. Wagen wir es. Halt, warte. Doch. Ne? Ja, doch. Hau weg. Nein. Äh. Sicher ist sicher. Ich will, ich will hier, ich will hier echt auf Nummer sicher gehen. Ich weiß nicht, wieso. So. Achtung, Achtung, Achtung. Oh, scheiße. Okay, wie wisst ihr, es funktioniert nicht. Wieso habe ich es überhaupt ausprobiert? Das war doch eigentlich klar. Oh, nein. Oh. Scheiße, wie komme ich denn da jetzt? Ich muss da echt von hier jetzt runter springen. Und das... Oh. Okay. Solche Versuche werde ich definitiv nicht mehr machen. Yes. Das war mal wieder... Ja. Klasse. Einfach klasse. Fand ich. War richtig, richtig super. Oh, Mann. Okay. Okay. Okay, vielleicht... Nein. Nein. Ja, ich muss da so runter, also... Was soll's? Scheißdreck. Ah, ich werde bald verrückt. Ich werde bald verrückt. Ah, komm. Dieses Spiel macht mich wahnsinnig. Bald habt ihr es soweit. Bald rast ich aus. Und dann ist es vorbei. Dann ist es vorbei. Dann bin ich der nächste YouTube-Psychiatrie-Freund. Rast ich aus wegen Rift. Rift. Mach mich weit fertig. Okay. So. Hier noch ran. Und... Floor, Floor, Floor. Okay, gut. Es hat jetzt... Es ging. Es ging. War jetzt nicht so tragisch. So. Äh, 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 warum übrigens hier nur... Das ist einfach, weil ich finde, es sieht einfach cool aus. Und wenn ich so, so Burgen, Torbogen, etc. anschaue, dann finde ich, sieht es irgendwie authentischer aus. Ja, schau mal. Genauso wie eigentlich sollte ich jetzt das mit den Zacken ein bisschen anders bauen. Weil wenn ich jetzt an Filme, wie zum Beispiel Herr der Ringe denke, dann stehen die immer so dahinter, ne? Dass sie sich ein bisschen ducken können und so. Deswegen, glaube ich, ist es hier dann besser, wenn ich nur eine baue. So. Wenn ihr da anderer Meinung seid, schreibt es mir. Okay, jetzt kann ich hier einbauen, hier einbauen, hier... Ja, das geht nicht ganz auf. Das geht nicht ganz auf. Das muss ich anders machen. So, aber... Dann... Hier... Okay. Was fehlt mir denn? Holz. Holz, 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 Holz. Ich kann doch übrigens bei meinem Sperr nicht mehr zuschlagen, ne? Also, der Bug ist auch wieder da. Alles beim Alten. Ja. Alles beim Alten. Naja, was willst du machen? Was willst du machen? Wir müssen da durch. Wir müssen durch, durch die Scheiße. Da müssen wir einfach reintreten. Wie so einen riesengroßen, dicken Hundehaufen. Und jetzt fällt mir auch noch gerade auf, dass ich vergessen habe, die Musik im Hintergrund anzumachen. Das heißt, ich darf das später wieder reinschneiden. Aber das geht. Das ist nicht so schlimm. Ich hoffe, ich vergesse es nur nicht. Und der Tim schreibt dann wieder, bitte Hintergrundmusik, okay? Das ist der Horror ohne. Aber mal schauen. Mal schauen, mal schauen, mal schauen. Ich glaube, das wird nicht der Horror. Werden wir schaffen. Ich bin schon die ganze Zeit gespannt darauf, ob ich mal eine Folge schaffe, ohne einmal zu husten, zu niesen, zu röcheln oder sonst irgendwas. Aber ich glaube, im Moment, es bahnt sich schon wieder ein Huster an. Mal schauen. Mal schauen. Bin ich sehr gespannt. So, was haben wir denn hier noch so schönes? Gut. Gut. Gut, 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 gut. It läuft. It läuft. Es ist halt wirklich... Oh. No. Okay, okay, okay Oh, Alter, wie viel Kokosnüsse schon wieder Ich muss was bauen Ich muss schnell was bauen, dass mir hier der Scheiß weg geht Moment, ich muss mal kurz hochrasen Wie der Blitz Hier noch nicht, sondern hier Ach komm, geht vorbei einfach So, haben wir hier nämlich, ne Ein Loch rein, kriege ich ein Fetch wieder, ne Aber sonst nix Wo haben die sich das abgeschaut, dass man immer nur ein Teil wieder bekommt Ehrlich Ist doch ätzend sowas Was legst denn du hier rum? Achso, doch, ich hätte sogar ein Plank bekommen Aber ich war voll No, hau dich nicht ein, du Dödel So Okay Gut, ich glaube, so weit habe ich bei der Planung leider noch nicht gedacht Wo ich den Abstand der Türme hier gemacht habe Ähm Ähm Wie mache ich das denn? Hörst du mal auf? Hörst du mal auf? Nur am Röcheln, die Alte Wenn ich den hier hinsetze Ne, das haut nicht hin Ich muss hier Hier setze ich jetzt einen Warte mal Einfachen, zweifachen Einfachen, doch, das geht Okay Gut, hier setze ich einen einfachen hin Ich weiß, man kommt da nicht mehr durch Hier Setze ich einen zweifachen hin Und hier Wieder einen einfachen Okay Okay, okay, okay Gut, safe Das Ding steht Die erste Mauer steht Und sieht Nice aus Ehrlich Mega geil Mega geil Okay, warte Nein So Habe ich so viele überhaupt? Ich weiß es nicht So Jetzt aber Zack 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 Okay Okay Können wir doch noch ein bisschen hacken hier Und Dann geht es eigentlich mit den Foundations weiter Mir bleibt keine Wahl Weil ich muss die Foundations bauen Damit ich die Türme bauen kann Dass ich dann die Mauer bauen kann Dass ich dann das Dorf bauen kann Und den Thronsaal bauen kann Ne? Habt ihr kapiert? Hätt ihr kapiert Geht alle dir ins Einfach Ne? Locker flockig Locker flockig Irgendwann muss ich aber diesen Palmwald wahrscheinlich umsetzen Oder umbauen Wird noch Lustig Wird lustig Alles Alles hier wird noch richtig lustig Ich hatte übrigens vor Was ihr noch gar nicht wisst Ich wollte heute mit dem Domme 2, 4, 5 Multiplayer spielen Aber Problem an der Sache Ist leider Gottes Dass ich nur ein neues Spiel starten kann Mit ihm Und damit mein komplettes Projekt Hier quasi umgeworfen worden wäre Komplett Und Ja Wäre scheiße Mehr gibt es nicht Es gibt kein und Es wäre einfach scheiße Ja doch das sieht Ah Ich muss das von hinten sehen Warte 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 Flyer Foundation Lalalalalala So Noch ein bisschen Noch ein bisschen Noch einen So Alter Alter Ist das so Pornös Ich sag's euch Das wird der absolute Wahnsinn werden Okay Boah Aber wenn ich in die Richtung Nur schaue Dann kacken die FPS So ab Ah scheiße Also ich würde natürlich Hier noch dazwischen Gerne Lichter bauen Aber das baue ich dann erst später Weil ich glaube Ich glaube Dass die Lampen Unter anderem An den FPS Mangeln schuld sind Vermute ich Ich vermute Wissen Tue ich natürlich Da nix Aber ich hab Vorhin mal ein paar Weggebaut Einfach mal so Zum Test Die was hier unten Stehen Und es ist tatsächlich Besser geworden Aber Wahrscheinlich War das nur Zufall Kannst du bitte Hast du Danke Oh yeah So viele Robes Und so wenig Holz Blank Blank Okay Ja gut Das war Nicht so gut 34 Kann ich nicht All zu viel damit anfangen Aber Immerhin Ein bisschen was Ja der Hai Kommt mir hier In die falsche Richtung Und ihr seht Der hat auch schon Hier was abgeknabbert Und ich muss mal Ganz kurz dann Einen Gang gehen Wo ich sehe Was denn Kaputt gegangen ist So Die Wo Da hinten Da hinten Bist du behindert Ach was frage ich eigentlich Natürlich ist er behindert Ach Was soll ich denn noch sagen Was soll ich denn noch sagen Was 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 Ehrlich Ich kann Ich kann Ne 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 Ich weiß nicht Was ich da noch sagen soll Ja ja So sind sie gell Die Haie So sind sie Ich bin mal gespannt Wenn ich jetzt Ich baue ja von außen Nach innen eigentlich Jetzt die Foundations Wie ist es dann Wenn Innen drin noch ein Loch ist Quasi die Foundations Noch Kontakt zum Wasser haben Kann der Hai Frisst der die dann Macht der die dann kaputt Die innen drin quasi Schwimmt der durch Meine Foundations durch Und beißt sich innen rein Wäre mal interessant Wäre mal interessant Wäre mal interessant Wäre mal interessant zu wissen Aber Naja Es wäre halt interessant Zu wissen Nix aber Ist halt so Okay Also Metall 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 Ich will kein Metall mehr sehen Hau ab Ey So Weiter geht's Komm schon Rein da Sehr gut Also Metall Haben wir genug Da brauchen wir Definitiv Nix mehr Ich glaube da muss ich auch Nix mehr Nix mehr sammeln Weil Ich wüsste nicht Was jetzt so viele So viel Metall braucht Dass meine zwei Kisten Leer wären Außer vielleicht Ich würde wieder Mega viele Treppen bauen Oder so Was vielleicht später Auch noch der Fall sein wird Aber Erstmal nicht Erstmal ist es nicht so Okay Das kann ja nur schief gehen Das Ganze Aber hier kann ich Noch schnell Umformen Umso mehr Planks Kann ich auch mitnehmen So Komm Gib mir noch eine Ja Das geht auch noch rein Das geht noch rein Und dann habe ich wieder Zwölf Dingens Wisst schon Äh Kokosnüsse Gefordert Und dann habe ich auch Keinen Durst mehr Und auch keinen Hunger mehr Gut Dann Eins Zwei Drei Na komm Komm durch Esst dich schnell Vier Fünf Sechs Sieben Acht Neun Zehn Die muss ich jetzt auch schnell Mir reinpfeifen Richtig Okay Und die gleich verpflanzen Weil sonst fliegt mir wieder Irgendwas aus dem Inventar Zack 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 Hey Zack Hier Hier Okay Noch zwei Dann haben wir hier noch zwei So Und so Gut Ganz hart bin ich nicht Und ich wollte meine Tour schnell gehen Aber nochmal gucken Weil er hat hier echt viel weggefressen Boah Wie das manchmal ruckelt Hier auch zwei gleich Ah gut Komm Scheiß drauf Jetzt wird schon irgendwann kommen So hier ist auch noch eine weg Ich glaube da werde ich irgendwann auf jeden Fall mal noch Noch ein Das nervt mich mit der Wand Irgendwann muss ich da wahrscheinlich doch nochmal was machen Okay Einmal kurz den Weg gegangen Ich habe aber noch richtig viel dabei Da kann ich noch ein bisschen was drehe Toll hätte ich gewusst Dass ich da fertig bin Dann Ja Hätte ich gleich von der anderen Seite angefangen Manchmal muss man mit Intelligenz gesegnet sein Manche sind Zeit weniger Ja Okay Dafür mache ich gerne Let's Plays Äh Okay Ich habe immer so Angst Weil er Rattert rechts an der Seite runter Wie blöd So So Mhm Gut Dann Den hier noch Okay Und dann können wir gleich weitermachen Boah Ich bin so gespannt Wie das aussieht Wenn es fertig wird Aber wenn ich das schon sehe Boah Boah Nein 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 Das gibt es nicht Das gibt es nicht Wieder mal Mit einem Absturz beende ich die Folge Ist immer geil Super geil Wie immer vielen Dank fürs Zuschauen Hoffentlich Bis morgen Und Tschüss